bahn neues auto jo freunde neues spielzeug der traxxas udr hat mich eine menge geld gekostet ich zeige euch den preis 980 euro farbe blau mit den light kit die schiene raus ein Das war's für heute. Da ist das Teil. Einfach nur riesig. Richtig fette Reifen. Mit den fetten LEDs. Einfach nur cool. Hier haben wir ein bisschen Werkzeug. Was ist noch in der Schacht drin? Wo ist die Funke? Hier ist die Funke. Hier ein kleiner Vergleich. 1 zu 14 Vili Toy. 1 zu 10 Minimax. Okay, der ist 1 zu 10 gedopt. Die 1 zu 10 sind ein bisschen kleiner eigentlich. Und der Uder 1 zu 7. Ja, was gibt es hier zu dem Uder zu sagen? Einer der schönsten Traxxas Autos für mich. Sehr realistisch. Einer der besten Federung, die er hat. Der ist 1,6 fähig. Man kann ihn mit 4S fahren. Also 1,4S oder 2S. Und oder 2x3S. Der geht bis zu, ich glaube, 80 kmh mit 6S. Der robusteste ist er nicht. Aber der macht am meisten Spaß. So wie ich das gesehen habe. So sieht er von unten aus. Ich habe auch ein paar Tuning-Teile bestellt. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und drückt einen Traum hoch. Hier kommt der Akku rein. Ich habe meine gerade zum Laden getan. Und dann machen wir eine kleine Probefahrt. Und dann machen wir eine kleine Probefahrt. urberat. urberat. urberat.urberat.urberat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020